Oh Gott, es gibt Neuigkeiten über Red Star Rising. Hören Sie genau zu. Archangel ist eine wichtige Regulatorplattform in SARS' neuem drahtlosen Energienetz. Aber das ist noch nicht alles. Der gewaltige Energiespeicher des Systems kann auf eine flächendeckende Energiewaffe umgeleitet werden. Das bedeutet die sichere Vernichtung feindlicher Elemente und die Entvölkerung ganzer Großstädte. Einige Protokolle sehen den Einsatz von Archangel in verschiedenen anderen Szenarien vor. Im Falle einer Bedrohung durch Seth der Stufe 3 leitet Archangel automatisch das Aggressivste aller Protokolle ein. Red Star Rising. Oh Gott. Sie werden New York zerstören. Totale, orbitale Vernichtung. Warum kann sich Seth nicht einfach von mir fernhalten? Wir müssen alle evakuieren. Das wäre Zeitverschwendung. Ich muss so viele Leben wie möglich retten. Nein, das nützt nichts. Es wird sein wie auf Lingshan. Archangel hat einen riesigen globalen Energiespeicher. Sie speisen diese Energie in den Alpha-Self ein und erschießt ein gewaltiges Loch in die Erde. Danach wird es keine Erde mehr geben. Was können wir dann tun? Mit einem Mindcarrier verbinden. Wenn ich in ihre Köpfe kauf, kann ich sie vielleicht wieder schlagen und schütteln. Wenn es keine Seth-Gefahr gibt, pfeift Sel Archangel zurück. Sie wollen sich auf die Seth aufscheißen? Ruffit. Sie hatten schon vorwege, sich ihnen zu entziehen, als ihr Hirn geschützt war. Wir haben alle Sicherungen abgeschaltet. Die Naniken in ihrem Anzug sind also frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Sie könnten selbst ein Seth werden. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Sie greifen sich nicht an. Mein Gott. Wir halten sie für eine Seth. Nein, tun sie nicht. Sie denken, ich bin der Alpha Seth. Ich bin der Alpha Seth. Prophet? Prophet? Das ist zu gefährlich. Sie verlieren sich an die Seth. Prophet? Doric! Nein! Nein, ich bin okay. Alles gut, alles gut. Ich spüre den Schwarmverstand. Er ist so... mächtig. Das ist es. Ihre Gedanken und die Energie ist ein und dasselbe, wenn ich nur... Scheiße. Was ist das? Der wahre Alpha Seth. Sie müssen da rauf, Prophet! Meine Anzug-Energie sinkt nicht. Ich... Ich... Ich erleide keinen Schaden. Ich erleide keinen Schaden. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es funktionierte nicht, aber... Der Schwarmverstand ist pure Energie. Wenn ich sie noch etwas mehr reinlasse, kann ich diese Energie selbst nutzen. Prophet, kommt ihn zurück und hört sie mir zu. Ich habe neue Details zu Archangel. Er ist schon im Orbit. In jeder Stütte könnte er hier sein. Außerdem evakuiertes Hell. Alles. Außer einer Anlage, um die Kärle zu verstellen. Es scheint eine Reitstelle für den Satelliten zu bleiben. Bringen Sie sich dabei, dann scheißen wir Archangel gemeinsam ab. Sind Sie dabei, Soldaten? Ja, Mem. Hörst mir die Hölle rein! Scheiße! Prophets, hier ist Claire. Meine Einheit ist der Vater unseres TPC zerstört. Können Sie... Wir brauchen Hilfe, Prophet. Ich weiß nicht was... Ich fürchte, das überleben wir nicht. Halten Sie durch. Fünf Minuten, okay? So noch fünf Minuten. Claire? Claire! Claire! Frau Schmidt! Wo ist Sie? Moin! TIM muss! Bei dir ist das. Ich bin mir dran gef рад. Der SCARICE liegt jetzt besser mehr und ==== dieser SCARICE weiter hört sich, Der SCARICE liegt einfach, ich war uns auf вер an diesemALL- Ich höre Sie. Wie sieht's aus? Prophet, mein Glück. Wir haben schwere Verluste. Romeo 12 hat ein Sperrriegel errichtet, aber... Prophet, es ist hoffnungslos. Es sind zu viele. Die Seth wird immer zahlreicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist hier los? Ich seh mich um! Sichert mich! Kanate, komm! Kanate, Kanate! Du kannst dich nicht sehen, dich versteckten Tropfen! Geht mit! 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 Neue Welle im Norden! Das ist hoffnungslos! Wir kommen hier nie raus! Hey! Sparen Sie sich auf meiner Frequenz die Schwarzmalerei oder ich schicke Sie persönlich als Eintwandarmee an die Front! Haben Sie uns verstanden? Nein! Er hat recht! Es ist hoffnungslos! Das ist hoffnungslos! Oh Gott! Vergessen Sie es! Ich denke! Sie soll sich Ihre Mission abschließen! Archangel hat oberste Priorität! Sie verspäckten! Hier ist nur die Zeit! Sie verspäckten! Hier ist nur die Zeit! Sie verspäckten nicht! Sie verspäckten! Die Leute ausseheben! Romeo Actual ist Romeo 1. Wir haben hier ein Wortschritt für Ihre Evakuierung. Over. Michael! Du bist zurück! Romeo Actual ist Romeo 1. Bitte halten Sie sich auf diesem Kanal an das Funkprotokoll. Over. Was immer Sie sagen, Romeo 1. Over. Maschinarimbatige. Maschinarimbatige. Das war die Nivea. Wuch. Maschinarimbatige. Das war's. Wir sind jetzt vorbei. Warnung. Safe geordnet. Sicherheitsabgang genommen. Меня ждür fully. Check us out the next battle with difficile рабgering out your enemy in your enemy. Chcision about and evil enemies is they get destroyed. Force each ally is only possible. Geh weg, du blöder Schmiss! Ich würde lass das Tor zu! Prophet ist noch da draußen! Faxen, alle Patienten. Geh weg! Ich hoffe, wir haben einen Notruf vom Rasch-sicheren Kanal auf dem Band-Over. Rasch, wenn uns niemand helfen kann, dann hier. Ich hole ihn. Ich habe neue Informationen zu Art Angle. Wir orten gerade seine originale Diskussion. Bei einer der Besitzungen bin ich, dass wir über die Job sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rasch-Signalen entfernt. Wir suchen nach einer Spur von diesem Grund verschwinden wir. Wir sehen uns am Fremdpunkt. Profit, Landenzone ist heiß. Ihre Luftabwehr wird von dem externen Generator gespeist. Kannst du ihn erledigen? Over. Ich werde sehen, was ich tun kann. Profit, Profit, wir haben Rasch. Wir haben Rasch! Wie ist sein Status? Konfus. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Ich tippe auf eine Kriegsneurose. Er war immer entblieben in einer Seth-Todeszone. Keine Ahnung, wie er das übergeht. Keine Ahnung, wie er das ist. 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 Archangel über den Liberty Dome in 10 Minuten zu erfassen. Wir brauchen keine Männer, die sind alle abgehauen! Sind Sie das, mein Junge? Ich hätte wissen müssen, dass auf Sie verlass ist. Hört ihr das? Wir brauchen keine Ahnung, wie er das ist. Wir brauchen keine Ahnung, wie er das ist. Keine Ahnung, wie er das ist. Over! Ziele gerichtet! Das war's für die Reihe! Die Hände sind in der Hand! Okay, fire out! Anruf für den Bleiblerdorn! Achtung! 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 Er hat sich gefahrt! Ich gebe dir Feuer, Schatz! Feuer darf meine Position! Schau dir darf die Ackerbotten! Schau dir darf die Ackerbots! Archangel ist in fünf Minuten hier. Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar. Dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Over. Die Flugabwehr ist offline. Dann sitzen wir jetzt in der Scheiße. Ich gehe jetzt runter. Over. Kretische Gefahr. Flugabwehrsystem ist offline. Ich habe was gesehen. Zertlücken. Feuer! Vorrück! Der darf sich nicht in das Geschütz hängen. Macht ihn fertig. Gebt mir Denkung. Geschützfehlfunktion. Er ist Pasta, Prophet. Beeilen Sie sich! Nur noch ein paar Sekunden. Prophet, helfen Sie mir. Sie müssen auf das Terminal zugreifen. Zugriff. Er wurde initialisiert. Alle verbiegenden Cell-Agenten in die unterirdische Quarantäne-Einrichtung 5 Y 9 überquartieren. Habt ihr es aufgehalten? Offenbar wurde Archangel nur zum Teil geladen. Etwa 5 Prozent. Gerade unter der Schwelle für eine Kettenreaktion mit der Cell-Energie. Wir hatten Glück. Großes Glück. Das war alles? Projiziere Stufe 3 Simulation. Stufe 3. Ich brauchte sie alle, um aus meinem Cell-Gefängnis zu entkommen. Meine Kinder waren ohne Verstand, während ich schlief. Sie mussten nur noch Archangel für mich abschalten. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Was? Was reden Sie denn da? Rasch! Projiziere Stufe 30. Die dritte und letzte Stufe. Der Strahl! Er lädt sich auf! Oh mein Gott. Das ist eine Einstein-Rosenbrücke. Ein verdammtes Wurmloch in die M33-Galaxie. Und es kommt irgendwas Großes durch. Als ich sie im Versteck nicht auswerten konnte, sagten sie, das lege daran, dass sie den Anzug entwickelt haben. Aber das war es nicht, oder? Wie lange machen Sie das schon? Ihr Leben mit Nanotech-Verlängern? Mit Ceph-DNA? Wissen Sie, was Sie sind? Sie haben gegen den Schwarmverstand der Ceph gekämpft. Genau wie ich. Aber Sie haben verloren. Sie haben sie absorbiert. Und jetzt sind Sie meiner von Ihnen. Sie haben sie in der Nähe von Ihnen. Kaffee 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 Sie haben etwas, Prophet Etwas, das die Chef nie haben oder verstehen werden Raus, wir Kaffee 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 Kaffee